Die Vielfältigkeit, allein mit Lebensmitteln zu arbeiten, die Sessionalität der Lebensmittel, es kommt, laufen was anderes. Das macht den Beruf Koch eigentlich aus, dass man sehr, sehr viele spannende Dinge dadurch verarbeiten kann. Mein Name ist Ferdinand Trautwein, ich bin Geschäftsführer und Küchenmeister im Gasthaus Zulinde in Stuttgart-Möhringen und verwöhne täglich unsere Gäste. Wir sind ein Handwerksberuf, sprich wir arbeiten täglich mit vielen verschiedenen Messern und daher ist das eigentlich eines der wichtigsten Utensilien bei uns. Ich habe angefangen in der Ausbildung mit der ProDynamic-Serie und da dann immer weiter ausgebaut und aufgebaut bis jetzt zu Red Spirit. Ein Messer ist auf jeden Fall oder ein Kochmesser ist auf jeden Fall ein Prestigeobjekt. Gerade auch bei uns, wenn wir an Buffets arbeiten, haben wir immer Top-Serie natürlich, um auch die Qualität des Messers zu präsentieren und damit auch die Lebensmittel in den Vordergrund zu stellen. An Dickmessern schätze ich besonders die Vielfalt. Jeder findet sein optimales Messer, das ihm am besten in der Hand liegt. Und bei uns in der Küche haben wir eine breite Vielfalt, dass jeder sein Top-Messer sich aussuchen kann.